Die Juden und Christen werden eh nicht mit dir zufrieden sein. Wallahi, was auch immer du machst, sie werden nie mit dir zufrieden sein. Wenn dein Name Mohammed ist und du fängst an, sich anzuziehen wie sie, so zu reden wie sie, sich so zu benehmen wie sie, dann tust du dir noch ein Ohrring und von mir aus wirst du, weil aiyadu billah homo, da bleibt immer noch dein Name Mohammed. Der stört sie. Der stört sie. Dieser Name ist wie ein Pfeil in ihrem Herzen. Sie wollen, die Kuffar, dass ihr Muslime wie sie werdet, damit ihr gleich seid. Und sie werden euch, die Kuffar, so lange bekämpfen, euch Muslime. Hört zu. Bis sie euch töten, ihr Allah? Nein. Bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Das größere Ziel der Islamhasser ist nicht, dich und mich zu töten. Das größere Ziel der Islamhasser ist, dass du und ich von der Religion abtreten. Möge Allah uns befestigen.